Der schöne Ippenplatz hier hat für mich sehr, sehr viel mit Europa zu tun und das nicht nur, weil die Europäische Union hier die Umgestaltung finanziert hat, mitfinanziert hat, sondern auch, weil hier sehr, sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen und gut miteinander leben und das ist für mich auch die Vorstellung von Europa in Vielfalt geeint und ich wünsche euch allen einen schönen Europatag und Europäische Union wünsche ich, dass sie gestärkt aus dieser Krise auch hervorgeht. Vielen Dank.